Hallo und recht herzlich willkommen bei den 59 Sekunden. Angelina Jolie und Brad Pitt sind zwar schon lange auseinander, aber jetzt ist es offiziell. Mit dem heutigen Tag sind sie wirklich getrennt. Sekunde. Hi Angelina. Yeah. It's over now. I'm very happy about this. Yeah. I have to make a movie. I will call you back. Love you too Angelina. Love you too. Eh klar. Ja, Raphael Holzhauser. Ein Interview gibt er heute der Kronen Zeitung, wo er sagt, er würde überall gerne spielen, wenn ihn jemand nimmt. Unglaublicherweise haben sich schon zwei deutsche Vereine gemeldet, nämlich Deutschlandsberg und Deutschkreuz. Und zum Schluss noch eine großartige Schlagzeile. Ich weiß nicht, ob die schon alt ist oder neu. Ich habe sie aber heute erst gesehen. Deutscher Finder kann aus Katzen Benzin machen. Für eine Tankfüllung braucht er 20 Mietzen. Wir sehen uns morgen wieder. Vergesst nicht zu abonnieren und vergesst nicht, ihr könnt jede Woche eine Reise gewinnen. Alles Liebe, bis morgen. Baba.